fenix hat es so ein bisschen auf dem schirm und er wird allerdings geprägt wenn ich weiß jetzt auch wo der zweite spieler ist er findet den zweiten freck auch noch gehört dass hier spieler ist dabei ist er findet sogar mit dem 180 grad turn around noch den zweiten freck ich möchte nicht so mitte raus so dass sie jetzt hier einfach durch den ersten weg werden allerdings eingetreten und ja am ende stören alle von münster ist was hier in der mitte irgendwie zu klicken kiwi hält er überlebt erstaunlich lange wird hier für future angebeschossen immer noch mit keinem freck die bombe ist auch noch nicht geplanted gotcha kommt jetzt zur unterstützung findet den ersten freck findet auch den nächsten freck und somit ist es nur noch zu zweit für münster e-sports frage check gotcha den spieler close in richtung baum der fahrer jetzt hat er gespottet findet aber trotzdem den freck ist aber trotzdem platz gegen zwei leute jetzt wird die ersten freck findet findet er auch noch den zweiten freck in klein er findet den zweiten freck auch noch das wird nicht so lange dauern dass du den freck findet wenn das gotcha immerhin der erste den freck findet du jetzt mit dem live kill damit ist die bombe in den appartements dauern ja das ist auch noch gesehen sieht allerdings niemanden jetzt würde ihn sehen macht aber nur eine tag gegen wieder fahrrad und der kommt irgendwie mit nur 23 ap weniger davon fennix er kam hier mit dem big flag von hinten zwei easy tracks für ihn zwei mitscher der letzten spiel auch noch gespottet oder auch nicht nach dem sox hier findet noch den nächsten freck lila fahrrad er kann jetzt nicht mehr wirklich die bombe die fände wenn ich auch einfach rein und in dem fall du bloß sieht auch noch den zweiten spieler ich will dich landen jetzt mit zwei frecks er hat ein gutes crossfire findet die nächsten drei freaks jetzt schon für richtig findet ihr eventuell noch einen weiteren nein am ende ist es der trage von gotcha er wird allerdings jetzt der down gerust von future und am ende ist es nur noch duplo und der war in der mittel schon gespottet den hören sie jetzt auch hier gespottet ihn easy headshot für ihn ja ja Bis zum nächsten Mal.